Was soll denn, bitte? Reicht nicht. Yes! Guck mal deine Kuschel durchspüren und dann ausspucken. Sonst hast du ja auch diesen komischen Schmack. Fängt das schon an? Ja, das läuft schon. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Den Riko ist gerade noch die Biergläserwaschung vom letzten Tasting. Bier-Tasting natürlich. Und ich werde jetzt einfach das nächste Bier vorstellen. Der braucht mir einfach viel zu lange. Mal schauen, was das nächste ist. Hier sitzt die auch viel besser. Nächste Bier ist hier diese wunderschöne Budweiser. Dark Lada. Dark Raider oder was? Die dunkle Seite, das Bier ist oder was? Das kann ich eigentlich gar nicht anfassen. Ich bin ja Jute Jedi. Alter, was ist denn das? Das ist hier deine Sprache. Ja. Ansonsten 4,7 los. Typhoniesin. Du kriegst eine Entzugserscheinung. Bist du nicht normalerweise in Grün oder so? Ja, ich staune auch Budweiser, kenne ich auch andere Pulle. Aber es ist halt der Dark Lara von Budweiser anscheinend. Hier, du schreibst übrigens diesmal. Haben die Zuschauer entschieden. 0,33, 4,7. Ach. Macht man natürlich auch mit der Juten Cup gar nicht, ist ja klar. Ja. Stimmt, bevor ich es vergesse. Oh. Na ja, kam sogar zurück. Okay. So ist ja ein doller Schaumelch hier. Ist das ein Champagner? Ja, reicht mir ja schon. Schön sieht es aus. Na ja, hat er. Aber auch ein harter Schaumelch. Aber sowas von hart. Ach so, der steht ja förmlich. Ist das widerlich. Nein, ich brauche nicht mehr. Doch, ein bisschen härter muss er noch. So. Na ja. Also, wenn es ehrlich ist, das erwartet schon vom Schwarzbier. Dass der so steht. Schaum. Na ja. Brauchen wir nicht mehr. Absolut. Genau. Kleid ist dann natürlich auch nicht so wie jedem beim Schwarzbier. Naja, ich würde sagen, das ist ja Trüb vom Feinsten. Aber nicht. Na, da hätten noch was gerückt. Na, meinst du, dass schwarz noch drüber sein kann? Schaum ist schon okay, dass du da voller Lotte. Aber drüber geht schon noch. Du kannst schon noch. Was? Doch, drüber? Ich weiß nicht. Also ich sehe ja nicht mehr. Ich sehe bloß einen roten Schimmer. Ja. Ja, Lüte. Ich habe auch gar nicht in den Augen. Ey. Ne. Mir geht der ja nicht. Also drüber geht der ja nicht. Ne, mach doch ganz rechts. So, die Farbe ist natürlich auch ganz rechts. Na, warte. Na gut. 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 Ihr merkt, ne. Das ist halt nun mal, dass wir ganz rechts ankreuzen, weil der ganz rechts ist. Geruch. Ich finde es lecker. Hat ein schwaches. Stark. Achso. Na dann ist es der zweite von links, also ja schwach. Für ein schwarzes Bier. Naja, für ein Bier halt. Also für ein normales, für ein Pilz war es recht stark, aber für ein schwarzes ist es jetzt schon. Ja. Ist es in Ordnung. Ist es okay. Also ich würde sagen, also der dritte von links. Also. Na gut. Ja. Der Andrunk. Ausdrunk. Leicht schwer süß herb. Total leicht. Aber. Boah. Da kommt die alte Herbe raus. Aber total leicht, oder? Ja, finde ich auch. Aber ich finde es auch süß. Echt? Ja. Das schmeckt fast wie so eine Kaffeenrote. Ja, das stimmt. Also erst mal ist es leicht, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also mit eins der leichtesten. Also. Ja, doch die vorletzten. Ich würde sagen, bitte. Genau. So Mitte bis nach süß. Ja. Ja. Fakt. Ja. Ich finde eher, dass sie so eine. Halt hat so eine herbe Kaffeenrote. Würzig. Würzig. Ah, doch. Ist recht. Leicht würzig. Leicht würzig. Ja. Ich würde eher so die Mitte anpeilen. Ja. Oder links daneben. Dann? Ja. Ja. Hm. Ich würde sagen, das ist schwarz. Wie ist das? Ja. Das ist total. Das ist total cool. Ich würde jetzt zwei Wertungen abgeben. Als Schwarzbier ist das von sieben. Dann machst du da aus hinten mitten im Mittelwert. Ja. Von sechs Sternen wäre Schwarzbier auf jeden Fall fünf Sterne wert. Anbetracht zu einem Pilz und zum Lager und generell aller Bier würde ich sagen, ist das drei Sterne wert. Also drei, sechs und zehn durch zwei wert fünf. Hä? Ne. Warte mal. Zwei sind viereinhalb. Ne. Zwei sind viereinhalb. Ne. 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 ein Ranking? Naja, das wusste ich ja nicht. Naja, wir sprechen uns doch immer ab, bevor wir hier ein Video machen. Ja natürlich. Drei Sterne. Insgesamt komplett. Die Gesamtbewertung sagt drei Sterne. Immer noch drei Sterne. Überleg nochmal. Allesamt insgesamt sind drei. Für den schwarzen Musikgruppe auch ehrlich sagen, ist es auf jeden Fall höher anzusehen. Definitiv. Ja, aber insgesamt eine 3, ja. Also es ist eine 3. Es ist eine 3. Also erstmal dieses wunderbare Video unter dem Video in der Beschreibung einfach auf den Link klicken und dann kann man sich in Kurven, wahrscheinlich bei Amazon. Ansonsten natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und Kommentare schreiben und Enrico überschiegt Lesehaus. Genau. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Genau. Beleidigungen sind immer gern hier sehen. Wir sehen uns und macht's gut. Guck dir mal in den Schaum an. Enrico köpte doch ein wie so ein Bauer. Entschuldigung, nichts gegen die Bauern. Schmeiß die Alkopops weg. Bis demnächst. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017